Während ich gerade den Vlog von gestern schneide, habe ich mir überlegt, ich mache diesen Vlog mal was Spezielles. Ich werde nicht so viel Vlog-Style kommentieren oder sowas, sondern ich werde versuchen, den kompletten Tag als ein einziges Edit rüber zu bringen. Das ist Storyline, es wird hauptsächlich sein, dass ich versuche ein Fitnessvideo zu schießen und mal schauen, wie es wird. Einfach ein Experiment von mir, ganzer Tag, als Filmatographie. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns vielleicht nochmal am Ende, als kleines Outro. Haut rein! Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal. Yo, ich bin Samuel aka Smashice. Aufpassen musst du nur, dass die Kraft überhaupt auch im Alltag ankommt, weil wenn du nur Bankdrücken machst und keine Liegestütze kommt, die Kraft kommt an. 2 Millionen fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off, back up in the game, like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart, trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast art. Hope it lights the way, right until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So I'm being around that energy, I feel like I can't afford it. Talking about I need direction. Somewhere is yours, I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what open door. CSR the movement, I'm a hero, so don't act like it. And please don't treat me, like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how I like this. And it's not easy. Wir haben 23Jungen, ich brauche dringend Schlaf, deswegen ist der Vlog jetzt auch so spät angekommen. Und deswegen kommt auch noch ein zweiter Vlog heute online, das heißt ich konnte euch freuen. Doppelte Ladung, weil ich den natürlich auch noch fertig schneiden werde. Ich werde morgen im Bus dann einfach hustlen und die Vlogs durchschneiden. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das cinematografisch gefallen. Könnt ihr mal abstimmen, wie das Ganze war. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Bisher schneide ich mir noch nicht durch, schneide den Bus fertig. Aber ich kann mir vorstellen, das öfter mal zu machen. Natürlich nicht die ganze Zeit, weil erstens bin ich nicht die ganze Zeit an einem Spot, wo ich dauerhaft Cinematografie machen kann. Und zum anderen dauert es einfach lange zum Schneiden. Deswegen sage ich ja jetzt auch, brauche ich meinen Schlaf. Und ja, in dem nächsten Vlog, den ihr seht, in dem Vlog, der heute auch noch online kommt, sind auch ein paar mehr Gaming-Highlights für die Leute, die das wiederjuckt. Und die Fitness-Videos schneide ich dann im Anschluss noch. Ihr habt ja so ein kleines Preview davon gesehen. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Zeit. Freut mich auf den zweiten Vlog, der ein bisschen später online kommt. Haut rein. Bis dann.